Erklicken wie ich bin der liebe die Klänge die Tische Länge die Länge die Klänge die Klänge die Länge 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 die so ist noch das ist das 16 Uhr das schaffen wir noch wir kommen alles zum Beispiel schnell noch die Kriptor nicht den Fall nicht den Fallen Wollde, ich bin stärker irgendwie hab ich so das Gefühl in Ordnung in Ordnung ich dachte wieder an diese Richtung weil wir von da kamen oh ihr seid schon weit vorrangig tierwelt schneller ähm, besseren Bogen lalalala ach, Boomerang Junge ich verwechsel das ganze Zeit Boomerang man vaniX11 hatatatatata lemix wennix verstehe jetzt erst Der Biter, den ich dir gegeben habe, du hast ne Fetty genannt. Verdammt, schon wieder zu spät. Fetty. Fetty McFetFet. Da ist ein Monster. Ach, ein Dings. Du bist auch ein Monster. Glaub ich. Oh no. Ne. Kein Boss. Oh. Uh. Ein alter Skulli-Bulli. Ups. Scheiße, Junge, voll verfehlt. Der ist auch mitzifiziert. Der ist auch mitzifiziert. Äh. Huhu. Der läuft hier gerade. 3 XP. Da bringen die Kleineren mehr. Ja. Die kleinen Bunny, oh. Weil die plus 1 sind. Hm. Was sagt ihr, was das nächste ist? Dungeon? Oder sowas? Ja. Ein für Camlight für mich. Ich schätze auch mal, hier. Ich schätze Burg. Ein für Luki. Hm. Du hast mein Holzbeck genommen. Ja. Hihihi. 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 Uh. Unser Athletes. Hehehehe. Wuiiii. Boah. Geile Aussicht von hier oben. Viel Spaß noch. Oh. Ich hab's mal. Ich glaub das geht nicht. Doch, das hat funktioniert. Geil alter. Geil alter. Ja die Dächer der Welt da. Voll geil. Szene hier gerade. Ich hab gleich wieder so viele Folgen wie ich wieder rennen muss. So. Der ist auch gemeistert. Der war jetzt. Für Ivan. Hehehe. Wo ist Cam? Aber wir müssen es schnell machen, weil die Sonne gerade untergeht. Bei der Teleportierung komme ich recht schnell voran. Ok. Ich brauche noch ein bisschen. Und das ist wieder ein Castle. Oh Shit man. Oh Shit man. Manchmal ist es auch gut wie Castle's. Wie zu machen, dass die Beeren euch nicht an... angreifen. Ah. Oh. Das sind keine Beeren. Das sind Bullen. No bull. Die eigentlich auf der Fluss. Aber der Eingang ist nicht auf der Südseite. er ist muss sein der hälfte er hätte in einem geingangst auf der westseite und gestorben das ist ein ganz normaler alt und wurde aber nicht ohne uns anfang Prozent nicht weiter ich bin tot jetzt kommt er auf mich so schnell machen ich will machen sie gern verletzen dass sie einfach sterben bei uns aus dem er wird zum bus weiter neun helft mir morgen geht es was ist das letzte letzte da habe ich es nicht einfach weitergehen wenn ihr so in der Nähe im Kampf und wird einfach weitergehen Na ja, ich bin zu... Hallo, ich bin selber ein Feind, willst du... Hallo, war Power! Ja, das hab ich befreit. Hey, hier ist ein Typ, der dir auch mit angreift, so ein... Hey, Zwerge! Wartet auf mir! Wartet! Warte... Oh, ich hab dieses Pepe! Hä, wie? Läuft? Hallo, Dwarf! Komm, lass den Käse stellen! Hä, der... Der hat was gegen mich! Luki, guck mal! Achso, ich dachte, du warst einer dieser hässlichen Zwerge da! Der hat irgendwas gegen mich! Tut mir leid, warte, ich halte dich! Bro, warte, hey, Bro! Ich halte dich, komm! Ich will doch, Junge, ich will einfach zum Buschmehl! Oh, okay, ich hab nur einen Freude! Ich hab nur einen Freude! Ich hab nur einen Freude! Was ist das für Musik? Ah, wo ist Kevin? Ja, auf dem Dach! Ah, ich seh'n! Komm mal runter! Mal gucken, wo wirklich der Eingang ist! Best! Ja, die sind Level 1! Ich komme! Heilung, please! Muss ich erst mal treffen! Der ist immer noch hinter mir! Okay, jetzt ist er weg! Hätten wir gut beim Lacken gebraucht! Gib mal F, dann krieg ich ne Lampe in die Hand! Ja, hast du! Triff dich nicht! Triff dich nicht! Habt ihr schon auch nämlich angefangen gehen da! Hallo, Junge! Bill! Ja? Bill! Du musst ja was sehen, mein Freund! Wenn die dazwischen gehen, dann werden die immer geheilt! Wenn du da links mal gelassen! Ähm, links! Ja, links! Komm! Uh! Hier geht's ab, Kinder, jetzt! Aua! 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 Uh! Aua! 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 Du hast auch immer gezahnt, Kinder! Ich komm sofort nach! Ich auch! Wo ist denn der Eingang? Was ist denn? Wuii! Hä? Das ist halt so. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn was aus? Oh, ja! Habt ihr mal wieder teuer reingeschnissen, Kinder! Oh, ja! Oh, ne ist gerade alles neu, das Wort! Na, kann ich ein bisschen nochmal nachholen! Hör mal wieder an! Hör mal wieder an! Slash, connect! Ist wahrscheinlich ne schlechte Stellung gerade, aber okay! Äh, 2, 5, 1, C, 4, 1, 9, 1, 8, 1! So, connect! Hör mal wieder! Du, 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 du! So, Kevin, du bist umsausend! Ich dachte doch, da waren wir gerade eben auch Plus 1! Ne! Ey! Warum sind die jetzt Plus 1 läuft? Bringt die jetzt mehr XP? Ja, bringen sie, glaube ich! Oh! Ah, das ist für Kevin, für mich nicht! Hehehe! Ich hab ein einziges Glück gesagt So 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 Ich hab nur alleine Spaß Ich hab noch zwei Examen erlebt Level Up Banga Shuluka Wie geht's halt ab? Alter 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 Alter, da war was richtig geiles für Mage Was blaues da Oh Ich glaub ich mach mal kurz Kevin du kannst mein Alter raus Oh Steph Vielleicht will der Kevin das Vielleicht kann er das gebrochen Kevin, hier zwei Sachen für dich Oh ja, der starb ist auf jeden Fall Mhm Den kannst du gebrauchen Dicke Mann, dein Beiter Du darfst nicht im Lieb stehen So jetzt Ich hab die Ja Kommen Ich hab ihn was ist das? boah, das sind xp du wann ist das gestorben? erwarten wir es wie wir sind noch welche hey, äh, hier 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 aber warte, hab ich gerade noch nicht aber ich versuch zumindest irgendwer war vielleicht wieder dazwischen ist aber eine kacke mit diesem Ränder jemand dazwischen steht Barrier, nehm ich mal ein bisschen Rauster Eingang, hä, woher gehst du denn? so, Westen warte, bleib doch mal stehen so, mal kurz gucken, ich hab was für ein Rogue oh, ich steh direkt da dazwischen funktioniert jetzt gib schon Arme, lass mich mal gleich gucken wie viel Geld hab ich? ach, Silber, geht doch schon mal Rogue, Power guck mal, Kevin, vielleicht wenn du das Kevin, du hast zwei Ringe, ne guck mal nach, ob einer vielleicht schlechter ist, äh, als der ähm, Rogue und er ist meiner besser oh, da hab ich auch was schönes für mich guck mal nach, ob das hier, ne jetzt ausmachen, wills nachkommen Mario, also das ist mein Alls vielleicht gewesen jetzt ausmachen, wills nachkommen guck mal, was du uns unten erwartet auf die Seite musst du, okay da ist es, da ist es da ist es, da ist es, da ist es oh, die kommen, tschau sorry, ich hab gerade zu meinem Vater schon gehört oh, so oh, Baby einfach immer hinten bleiben, lass die angreifen und greif immer von hinten an, okay? ja, du hast ja sowieso Fallenbogen, Baby oh, die nächste so, wieder die nächsten kommen oh, die nächsten kommen warte du dein Heiltrank, der Opfer der Opfer nehm ich für das denn mit und nimmst du für das denn mit ah, hier ist er, leider kevin, du kannst auch ähm kevin, du kannst auch wenn du jemanden heilst und der schon voll geheilt ist, kannst du Mittelmaus-Bug machen um den Räumen zu machen, das hab ich dir auch schon mal gesagt dann kannst du noch ein bisschen, äh, Mana sparen für den Räumen und so aua das ist noch Magier oh, was ist das, oh warte was ist zum 2 alter geil der sieht aber auch cool aus der sieht cool aus der Stadt hat er verkämpftet sogar auch ist das Monster weg? warte ich, welches Monster? oh, das ist Eisen ja, weil hier keine Schwetter sind hä, Leute, hier ist Eisen weil hier kein Monster ist, es ist hier kein... doch dein nächstes mach das dein ich kriege das gut für Dings glaub ich, oder? für Looch das verstehe jetzt von Hunden angreifen, Baby nicht angreifen, Baby, noch nicht jetzt angreifen oh, der geht auch nicht, Alter weiter Angriff nicht sterben, nicht sterben, Jungs hab Lock ihn gehalten äh, Kevin ist gestorben ist gestorben weshalb? keine Ahnung, du hast wenig Leben, hab ich gesehen, ich dachte du könntest dich vielleicht nicht selber halten rauslocken Lock ihn raus, komm komm warte ich, komm komm, nein, nein, nein komm in hier, wir können hier, woanders, komm, renn, renn, wennanders das auch so, dass hier, oder wie? wo ist Annester? die schon weg? achso, das ist unser Ziel die töten dich nicht wirst du lassen da kommt hinterher bei den richtigen wenn sie sich in der Leyen klüten die zahlreiche das muss man da kommt in einem ich sag jetzt auch nicht aber alle sollen auch von uns kann das können da kommt er hinaus da hinten war noch eine kleine Grube nur über und da wäre auch noch nicht drinnen gewesen aber es bleibt an aber es wird der lockt den hier in den zimmer in den zimmer und das zimmer Oh! Oh, ich glaub, ich hab' einen Lucky Guy. So, wir schaffen, Mark. Ah, der ist auf mich! Er ist verdächtig. Ah, er ist... Oh! Ich steh' direkt drin. Ist was dauernd? Jetzt schaffen wir ihn. Nein, ich bin gestorben, nicht dürgen! Der ist da schon. Der war schon direkt tot. Hiel mich mal! Hab' ich grad. Alter! Der Spurlt. Toll. Die Chess ist ja immer geil. 21 AP. Ist da was für Rang dabei? Was war da außerdem Spill? War da noch was? Ja, Ranger! Eine ganz gute Rüstung. 35 AP. Oh shit, man! Warte, die Seite da vorne noch. Epic, was hast du für'n... ...Stab? Ähm, warte, ich... Ich bring' die Gesellschaft mit, Leute! Ah! 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 Kommt mal hierhin, Kinder! Haha! Ein kleiner Kevin... Kleiner Kevin Nubius! So... Da ist noch Geld! Ich hab' nur noch'n Stab mit, äh... 16 Damage und HP 7. Ja, da bin ich dabei! Ja, das sieht nett aus! Danke! Da glaub' ich mein alter Stab, hm? Zum Verkauf... Nanananana... Das leg' ich mal raus für die anderen... Das ist für mich... Oh, was haben wir denn? So, das ist rausgelegt... So... Die Bibi... Hier ist ein bisschen der Bogen... Und die anderen sind Richtung Stadt erst wieder... Och, ich muss! Ivan... Ivan hat damit... Okay, was hatte ich noch? Ich hab' noch für euch... Oh, die 3 Golds! Das ist Ivan, das ist für uns... Ah, plus 3... Plant Fiber braucht ihr nicht, ne? Plant Fiber braucht ihr für Warrior, ne? Wie sieht'n das aus? Die ist grüne hier... Oh, warte... Die ist grüne hier... Das brauch' ich! Ach, sag' das doch! Also, Lin... Braucht Linien ja, der Warrior... Okay... Und das war' ich... Oh... Ähm... Könnt' ihr mal nachgucken, was Meloneneiscreme macht? Also, für wen Meloneneiscreme ist? Ach, ich hab' auch was! Blackberry! Äh, ich guck' grad, ne? Blackberry kann ich nicht... Äh... Ich hab' halt, äh... Die Seite halb offen, aber ich kann sie nicht ganz offen haben, weil ich kann nicht aus'n Spiel rausgewinnen, das ist das Place... Oh, warte... B... Guck' mal, was Blackberry... Guck' mal, was Blackberry... Marmelade macht... Midges! Was? Midges, das ist so'n ähnlicher Moskito... Ist... So ähnlich wie ein Moskito sieht aus... Da sind Mücken... Genau, Mücken, genau... Genau, Mücken, genau... Immer voll, halt... Hat die Spaß? Hä, warte, du hast ge- du hast mir den Steff gegeben! Ich kämpf' nicht mit Steffs, ich kämpf' nicht mit Steffs, ich kämpf' mit Bans... Ähm... Ist mir eigentlich aufgefallen... Weil ich geb' dir immer die Steffs... Oh... Ich mach' erstmal den Magier da weg... So... So... Sonst ist alles leer... Okay... Ich hab' irgendwas aufgenommen... Warte dann nicht, mein E-Bahn mit... Warte, das ist... Warte, das ist... Sonst... Ne, das ist nicht so gut... 13 AP, 1,5 Armor ist nichts für dich, ne... Okay... 13 AP, 15... Also ich hab'... 1,5 Armor... Also ich hab'... HP 21 und A mal 2,1... Also Brustpanzer, mein' dich, ne... Ja... Okay... Gut... Nehm' ich mit, okay... Ja... Woher bekomm' man diese Lampe, die so übelst hell ist? Ähm... Die allerhellste, die die ganze Welt hell macht... Ich weiß nicht, also ne bessere, mein' ich... Die bessere sind immer an den Städten, wenn man weiter weg geht... Ich geh' noch mal runter, da unten war noch ein Raum hinter dem Bus... Nein, da war kein Raum mehr... Doch, da war ein Raum... Aber wir müssen mal wieder Richtung Stadt, ne... Hä, kam ich jetzt von da, ja, ne... Ja, wo ist denn ne Stadt hier... Äh... Müssen wir da zurück... Oder weiter gehen... Nee... Wir müssen nicht zurück... Gehen wir einfach weiter... Später kommen wir wieder in eine Stadt... Sonst kannst du auch einfach... Neue Welt anmachen... Dann lass' einfach nach Norden gehen... Nein, lass' nach Norden... Ja, ich kann mich ja gleich durch'n Fenster bangen... Hä... Warte, wo war das? Da hinten war der Bus... Hör, der ist neu gespawnt! Hör, der ist neu gespawnt! Disconnected, disconnected... Oh mein Gott, scheiße! Ich glaub' ich mach' den jetzt alleine nochmal... Ich auch! Scheiße! Musst' nicht machen... Fehl' jetzt auch... Mach' den jetzt alleine nochmal... Scheiße! Gerade als ich da war... Bin ich... Bin ich disconnected... Oh, ich hab' schon fast... Alter, die sind ja wieder normal... Digga, die drücken mir übelst viel... Oh scheiße, das macht Gegner... Ja, die sind aber alles... Das ist beim nächsten Mal... Mir oder du... Nein... 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 Mann... Mädels... Ich hab' mir Aua gemacht... Folge ist lang genug eigentlich, ne? Hm... Ich geh' trotzdem nochmal rein... Bleibt der Server jetzt aus, oder...? Da wieder ein Petfuls hab' ich gekriegt... Wofür war jetzt mein... Ähm... Was hab' ich? Ich hab' ähm... Melon-Eiscreme... Kannst du kurz gucken? Ich? Ja, einer von euch beiden... Drei... Kann ich gucken, Alter... So, eingebacken... Uh... Da für Mücken waren die doch... Achso, für mich war die für Mücken... Achso... Weil dieses Melon-Eiscreme ist für Mücken... Okay... Boah, Digga... Das ist voll schwer... Ich könnte einfach... Nicht ins Fenster reinwagen beim nächsten Mal... Boah, Alter... Hier geht's ab... Ich mach' XP... Nein... Boah, Gott sei Dank hab' ich das noch aufgenommen... Ich musste unbedingt den Dings haben... Bevor ich starb... Boah, Junge... Ich hol' mir hier noch XP von Sachen... Ah, 5 HP! Ich brauch' n' Healer! Ich brauch' n' Healer! Ich brauch' n' Healer! Oh... 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 Das machen wir doch mal neu! Das Tee... Kommt aber nicht der kleine... Oh, schlau... Ja, der ist auch in der Burg drin... Da ist gerade mein... Nein, gerade alles weg! Warte... Wenn schon, denn schon! Wenn ich schon... Das brauch' Ivan! So... Was sind denn hier Fenster? Ey, Junge, Alter... Da ist voll schwer allein... Als... Als... Äh... Ranger... Aber ich will dieses Scheiß-Item jetzt haben... Was halt fallen lässt... Oh... Oh... Hier kommen Vampire bei mir! Was ist denn, Baby? Scheiße! Scheiße! Hm... Scheiße! Hm... Welches Level bist du nochmal, Kevin? Äh... Ich bin 13! Oh, ich bin 14! Ja, du benutzt den Staff ist auch... Also mit meinem komm' ich viel besser klar gerade! Warte? Digga! Ich hab' nen übelst guten Bogen gedroppt! Uh... So, jetzt geht's ab! Für den Ranger mit dem Wasser hier... So... So... Wieder was für Ranger! Gute Sachen für euch gedroppt gerade! So! Ich bin hinter dem Boss da, genau! Nochmal den Boss machen! Ich hab' die Folge schon übel lang! Uh... Ja, eigentlich schon! Aber ich mach' dir Bock nochmal an der Folge! Das ist übelst geil gerade! Allein! Ja! Und zwar, aber das hast du übelst geil! Hm... Warte, was hab' ich denn hier alles noch? Roach, Warrior, Ranger... Uhu! Oh, na, scheiße! Da sind die auch auf mich fixiert, scheiße! Kommst'n du so schnell hinterm Boss, Alter! Ich? Ich hab' mich durchs Fenster gebracht, deswegen! Ehrlich? Ja! Mit... mit Teleportieren! Ich mach' hier alle Monster nochmal, Alter! Oh, ich komm' grad' ganz gut gut durch hier! Auch? Ah, ich muss mich ganz oft heilen, aber es geht gerade! Kann ich denn hier alles? Vanilla, Cupcake... Soft-Eis... Ah, ich kann mich gut beschützen, auch ganz schnell wegrennen mit Teleportation! Oh, da hast du recht! Ah, er läuft gerade hier! Der kam in der rechten Sekunde! Boah, er ist richtig hart hier gerade! Er ist weg! Boah, er läuft hier gerade richtig! Ja, aber ja! Boah, er ist tot! Noch'n Level abgemacht! Boah, ich muss gleich mal gucken, was ich alles gestöbert hab' hier! Boah, ich muss gleich mal gucken, was ich alles gestöbert hab' hier! Boah, ich muss gleich mal gucken, was ich alles gestöbert hab' hier! Boah, ich muss gleich mal gucken, was ich alles gestöbert hab' hier! Boah, ich muss dich töten oder... ... anzuzähtern! So, sorry für die Länge dieser Folge, eure Kinder! Oh, das ist für mich gut! Und den Rest... Ah, wo waren die Verkaufsscheißdinger? Da! Da! Das ist für Rouge zum Mitnehmen! Ja, was geiles für mich! Das ist gut! Nein, 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 nein! Ja! Hab' ihr schon so'n Silber, äh, Silber-Amulett? Ich hab' den trotzdem nicht! Ich kann den mal für Kevin mitnehmen! Okay! Nein, ähm, Amulett habe ich... ... noch gar gar nichts! Ne, hab' ich noch nicht! Ich hab' jetzt eins! Endlich, das hab' ich auch noch nicht! So, das, 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 das! Ich hab' übel viele Sachen für euch! Uh! Ne, das kann nicht! Das ist auch mal was Schönes hier! Zum Verkaufen! Oder vielleicht braucht das Kevin! Wobei, weiß ich nicht! Ich nehm's nur mal mit! So, das können wir verkaufen! Ich weiß nicht, Kevin! Alles was müssen jetzt als Deins ganz gut ziehen! Das für Magier! Magier! Für euch! So, das ist was wie meins nur als Schliff! Und das ist für euch! Puh! Ich hab' viele Sachen für euch! Und das ist für mich schon in der Zukunft! So! So, auch wenn die Folge ziemlich lange ist, ne? Ich weiß ja nicht wieso, aber wir machen das... Schloss ja noch fertig! Und dann... War's das! Weil ich selber auch den Ausgabe finden würde! Hm! Ne, da will ich nicht! Das läuft hier gerade im Zingle Player! Man kann das Spiel sowieso eigentlich im Zingle Player auch spielen! Das ist Multiplayer Umbils geiler, muss man ja sagen! Und dafür, dass wir jetzt auch einmal am Anfang alle verschiedene Klassen hatten! Wobei, äh, das denn später auch mal wiederkommt! Umbils geil! Man kann sich nicht auf jeden Fall lassen, aber wir müssen... Ey, ich weiß nicht, ob ich den Boss alleine schaffe, Alter! Sonst komm ich nochmal gleich! Soll ich? Aber ich krieg die Items, ne? Außer da ist was für ein Mage! Ich hab auch noch ganz viel Items für dich! Ja, okay, warte, komm nochmal drauf! Ich komm auf Server an! Okay, warte, ich muss den einen noch töten! Warte! Es war gerade eine schlechte Position, aber... Boah, es ist extrem dunkel! Ey, wenn ich jetzt konnetze, dann spawnen die doch alle wieder! Ja! Such dir eine gute Position aus! Warte, wo bist du? Also, versuch mir die Position aus! Also, genau am Boss bin ich nicht! Ah, und dann rechts daneben, ne? Nein, nein, ich stehe da! Ich bin... Nein, nein, da wo die Treppe grad hoch geht, da stehe ich gerade! Okay, da wo die Treppe hoch geht, da unten! Ja, ja, da wo noch dieses eine Eisen war! Oberhalb bin ich! Ach so! Also, noch bevor der Boss anfängt! Ja, ja! Ich hab den noch nicht angerufen! Ja, da bist du hier irgendwo! Warte, ich versuch zu... Warte, ich bin... Ich pack mich hinter das Fenster, damit ich, ähm... Damit ich gleich dahin kommen kann! Sonst werd ich noch angegriffen und getötet, bevor mir was passiert! Versuch, dass dir nichts passiert! Ja, hier ist kein Gegner! Ich hab alle getötet! Ja, aber du bist ja auch noch nicht auf dem Server, ne? Ja, doch! Nein, aber ich kann kurz! Versuch jetzt mal... Connect 2 5 Punkt... 1 0 1 Punkt... Oder wie war das? 1 4 4 Punkt 1 9 1 Punkt... 2 5 1 4 4 1 8 1... Ach, 1 9 1 Punkt... 8 1... So... Ich komm jetzt mal rein! Ja... Ja... So... Wo seid ihr? Da! Ich bin bei dir! Hier! Ist ne extrem lange Folge diesmal! Ja... So... Zum Angriff! Ich höf die Mutti! Ich seh das Leben nicht! Jetzt! Ich krieg den nicht runter, ey! Ich kenn den! Ich bin bei dir! Alter dein Leben! Das ist bitter! Oder wie der heißt! Beißer! Das ist deiner, ne? Den ich dir gegeben hab! Oh... Hm... X ist schwach... So... Jetzt legt der wieder. Ehh... Wow geil man! Du bist geil gerade! Ich hab den geraubter draußen gelackt! 17x wäre... So... alles deins! Ich muss was für'n Magie... Das gleiche nochmal gedroppt. So, ich geb dir auch mal deine Sachen. Hier, deine Sachen. Ranger, 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 Ranger. Warte, warte, warte. Ranger, da. Was du nicht mehr brauchst, gibst du? Äh, Vanessa. Ja, die kann das hier noch nicht benutzen. Ja, für später sonst, ne? Keine Ahnung. So, das war alles. Ich hatte doch nicht so viel, wie ich dachte. So, das ist aber schon mal was. So, da haben wir noch viel mehr hier am Schloss. Ausgleichen mit dem Mauskick, weiße Bescheid, ne? Ich hab dich gehalten. Warte, ich versuche mich dabei. Und? Oh, du hast noch verleden. Gut. Ne, es ist gut. Das ist gerade ziemlich schön hier. Ja, fast. Das ist ne übelst lange Folge. Wir hätten die auch cutten können, aber haben wir nicht. Ja, wer das sehen will, kann ja bis hierhin gucken. Gilt? So. Sollen wir noch weitermachen, das Schloss? Ich würde sagen, Luke und ich beenden das Schloss. Ihr habt das ja gesehen. Und werden... Ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr Level abkommen. Aber die Folge ist so lang. Für 30 Minuten mindestens. Und danke fürs Zuschauen. Das Leben ist keine Tafel Schokolade. Alter Tim! Das ist keine Tafel Schokolade. Was? Was, Kevin? Der Boss ist wieder hier. Was, Kevin? Ich bin gerade noch dabei. Ja, ich geh jetzt raus aus dem Let's Play. Tschüss!